Das Buch habe ich für dich geschrieben, weil ich mich gefragt habe, in welches Land du denn da eigentlich geboren wurdest, in Bayern. Und weil ich das selbst nicht weiß, so richtig, bin ich ein Jahr lang rumgefahren durch ganz Bayern, im Norden und im Süden und im Westen und im Osten und am Schluss bin ich bei der Kuh gelandet. Das habe ich alles da aufgeschrieben Und das Buch kriegst du jetzt. Weißt du, wie es heißt? Da machst was mit. Da machst du was mit.